Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen hier zum heutigen Video bzw. zur Stream-Ankündigung. Heute startet diese gesamte Punkte-Geschichte auf Twitch, also ich habe hier diese Punkte eingerichtet, diese Stream-Währung. Und ihr könnt jetzt mit dieser Stream-Währung eben eine M4A1S Hyperbeast mit StatTrak bekommen, gewinnen, ja, als Stream-Giveaway praktisch. Ihr schaut einfach beim Stream zu, bekommt pro Minute, in der ihr den Stream anschaut, eine Währung, also einen Bubble-Dollar, so habe ich sie genannt. Wenn ihr spendet, wird jeder Euro zu 10 Bubble-Dollar und heute gibt es eine ganz besondere Sache und zwar könnt ihr heute den Stream, also den Stream-Link, einfach teilen auf Facebook oder auf Twitter. Ihr müsst mich aber verlinken, dass ich das auf jeden Fall nachvollziehen kann und dann werden euch extra nochmal deswegen 10 Bubble-Dollar gutgeschrieben. Könnt aber nur einmal teilen, also ihr könnt jetzt nicht 80 Millionen mal teilen und dann haha, aber ja, so könnt ihr dann praktisch schon mal 10 Dollar gut machen, also als hättet ihr 10 Minuten zugeschaut. Es wird immer mal wieder solche Besonderheiten geben, wie eben heute mit diesen Teilen, das ist nicht jedes Mal das Gleiche, es ist immer wieder was anderes. Dieses Giveaway geht drei Wochen lang, nach diesen drei Wochen schaue ich einfach, wer in den Top 5 der Dollar steht, ja, wer am meisten Kohle gesammelt hat, am meisten Punkte, am meisten Stream-Punkte gesammelt hat. Und unter diesen Top 5 verlose ich dann einfach die Waffe. Dafür würde ich einfach so einen Zufallsgenerator nutzen, die fünf Namen reinschreiben und fertig ist der Luck. Schaut schön in den Stream rein, je länger ihr schaut, desto mehr Punkte sammelt ihr und mit diesen Punkten könnt ihr dann eben auch in der Zukunft an Viewer Games teilnehmen. Die werden dann praktisch, also wenn man so will, in Gänsefüßchen kostenpflichtig, also man macht eben, wenn man mit reffen will, also wenn man mit in die Dinge reingeschmissen werden will, in den Pool, wo ich mir vier Leute aussuche, die mitspielen, zahlt man eben diese Stream-Währung, die ihr praktisch, die ihr aber einfach so bekommt, also kostenlos. Ich freue mich sehr auf euch, auf heute Abend, ich bin gespannt, wie das so abläuft. Um 18 Uhr geht's los, von 18 bis 20 Uhr wird wieder gestreamt. Heute ist auch schon ein Viewer Game dabei, also seien auf jeden Fall am Stizzel, um mitzuzocken und auch um diese wunderbare Waffe eben zu ergattern. Man hört sich, man sieht sich, bis später, ciao, ciao.